hallo 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 hier ist ein neuer sportvlog ich bin heute wieder am laufen versuch heute meine zehn elf kilometer hinzukriegen da bin ich glücklich bin heute im taunus im wald unterwegs bei nirnhausen mal wieder und reiße meine kilometer runter nach metro geht es erst so richtig los ich bin wie gesagt hier im taunus und laufe und laufe und laufe und gehe ein bisschen die berge aber nur ein bisschen und wenn ich meine zehn elf kilometer geschafft habe heute bin ich total glücklich dann habe ich eine gute stunde hinter mir dann ist es ein guter sportgang gewesen eine gute einheit erstmal machen wenn man so oft sport macht und irgendwann müde naja ich mache meinen weg hier erzähle ich euch glaube ich noch ein bisschen was heute ist richtig schönes klares wetter das kommt mir entgegen echt cool wobei so so pissiges regenwetter finde ich auch nicht übel wenn so richtig schön scheiß regnet und es einem so richtig und sack geht beim sport wetter kann mich beim sport ja nicht verarschen ich mach einfach wenn es schneit wenn es regnet wenn es vereist ist die wege scheißegal muss man durch ist halt so dann macht man nicht müh 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 sondern jetzt weiter dann kann man die stunde absolut wenig egal wie aber heute schön sonne macht angenehmer und leichter bin jetzt ungefähr bei vier kilometern angekommen und läuft gut wie gesagt zehn bis elf wird machen dann bin ich glücklich alles super bis gleich jetzt bei 7,5 kilometern schon lästig die beine sind schon ein bisschen schwer aber ich weiß mich jetzt durch die letzten drei drei dreieinhalb ich habe mich auch alles super nicht so wild ist halt manchmal nicht einfach aber man muss ja durch auch wenn ihr sport machen solltet und es vielleicht nicht eine stunde lang schafft oder so weil ihr gerade am anfang seid 10 15 minuten kann man machen und wenn es nach neun minuten kneift und drückt und zieht und nicht so angenehm ist durchhalten die scheiß zwei drei minuten kriegen wir noch immer weitermachen immer weitermachen und dann ist es umso geiler am schluss ja ich mach jetzt mal weiter hier kurz umdraffieren circa bei zehn kilometer schon angekommen nicht mehr weit dann bin ich bei meinem auto ich bin so froh dass ich es heute geschafft habe weil heute waren die beine gar nicht so ich hab gar nicht so mitgespielt weiß nicht warum aber irgendwie waren sie müde aber ich habe meine zehn kilometer jetzt und dann wenn ich dann da hinten irgendwo im auto bin habe ich meine elf dann werde ich mich gleich nochmal sehr schön ich bin froh auch wenn es anstrengend ist immer weitermachen immer weitermachen so jetzt bin ich da gut elf kilometer gelaufen alles klar super könnt ihr auch alle mein auto ist schon bereit schon bereit zum abfahren mann oh mann voll getankt schlüssel eingesteckt also runter vom sofa auch sport machen wenn es nur ein paar minuten sind egal was tut es und ich sag cheerio missofi an der stelle bis zum nächsten sportvlog wooh